Musik So, die Wasserscheenläufe, bitte starten. Sie kommen bereits hervorragend bei diesem engen Hafenbecken. Sie kommen noch mal, keine Achten. Und die zweite Runde. Musik Und alle singen mit. Musik Und alle singen mit. Musik Auch begrüßen wir natürlich jetzt die Begleitung von unserem Vaterwein, die zwei Hörnchen, Mitzel. Musik Um hier beim Fischer West mitzumachen. Musik Und als Vaterwein, Herr Willi Hörner. Und ich darf nun mal den Vaterwein bitten. Wir wollen den nämlich auch mal sehen. Aber so, dass Sie ihn natürlich... Musik So, dreht dieses Tempile. Hören wir wieder die Rückenfalle Musik an. Musik Musik Die Fischerschläge können sich bereit machen und abfahren. Musik So, die Fischerschläge bereit machen. Wir haben heute die Endrunde im Fischerschläge. Alle Reihen gehen noch einmal an die vorbei. Ich glaube, wir können dieses wunderbare Fahrzeug mit dem U-Boot nun mit einem ganz kräftigen Applaus verabschieden. Es war eine mühevolle Arbeit, das alles zusammenzubauen. Dank an Sie alle, die sich diese Mühe gegeben haben. Und es geht weiter mit den Fischerschlägen. Musik Das war's für heute. Blau kommt von rechts, Blau-Gelb, Achim-Schmidtl und von links kommt Peters-Kuh-Maul. Man sieht, was die beiden bringen. Es geht um den Pokal des rheinischen Fischerfestes. So, sie kommen näher. Ein Kampf, hoffentlich schön, interessant, direkt vor ihren Augen und vor den Augen des sich nun verabschiedenden Pfarrer Rhein-Messler. Wir warten gespannt auf den Monoläufel. Untertitelung des ZDF, 2020